Wenn du perfekt auf deinen Vortrag vorbereitet bist, deine Präsentation aber miserabel gestaltet wurde, so wird sie wohl kaum ihren Zweck erfüllen. Zwar ist Gestaltung immer auch Geschmackssache, dennoch gibt es ein paar objektive Kriterien, die man beachten sollte. In diesem Teilbereich Gestaltung, Präsentation, Tunen findest du zuerst eine Theorieeinheit. Einerseits zum Vorgehen, da bekommst du Tipps, wie du dich an die Arbeit machst und dann vor allem die Tipps zur Gestaltung. Hier wird die sogenannte KKK-Regel vorgestellt und du siehst, es sind immer Links, du kannst dich da selbstständig durchklicken, du kannst dir Beispiele einblenden lassen und dir zeigen lassen, wie es dann besser gemacht werden sollte. Mache dir dazu Notizen und dann kannst du die Materialien herunterladen und entpacken. Das ist eine aus gestalterischer Sicht völlig missratene Präsentation zum Klimawandel. Ich sage jetzt gar nicht mehr, deine Aufgabe wird es sein, zu jeder Folie Notizen zu machen, was man da ändern müsste oder könnte. Du kannst die Notizen natürlich auf Papier machen, aber im Bereich Überprüfen, in dem ich schon bin, du siehst hier den Reiter, kannst du auch direkt in die Folie hineinschreiben. Diese Notizen zeigst du deiner Lehrperson und anschließend kannst du dich ans Tuning dieser Präsentation machen. Dann gilt es, diese möglichst gut und vor allem zweckmäßig umzugestalten. Dabei wünsche ich dir viel Spass und viel Erfolg.